Hier sehen wir ein Zimmer, ein Doppelzimmer mit dem Airblick. Alles schön neu gemacht, begehbare Dusche. Der Matthias guckt so schön da rein. Ja, gefällt es der Matthias? Lila, der letzte Versuch. Lila, der letzte Versuch, ja. Superschönes Zimmer. Noch gefällt es ganz gut, ein kleiner Schrank. Und hier geht es auf den Balkon raus. Ein schöner großer Eckbalkon. Und da haben wir den Pool.